Heute geht's um die drei wichtigsten F's in meinem Leben. Fleisch, fressende Pflanzen. Let's go. Oh, das ist viel zu früh. Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu eurem Entertainment-Korsett um 10.30 Uhr oder 22.47 Uhr oder wann auch immer ihr diese Sendung seht. Vielleicht irgendwann ein paar Jahre später. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Leute, heute, ich bin frisch aus dem Urlaub zurück, ich bin erholt, ich bin wieder komplett unbekümmert, ich hab die Boshaftigkeit des Internets mal wieder vergessen über eine Woche lang und bin jetzt wieder zurück, freundlich, gestimmt, happy. Und wenn ich jetzt einen Scheißkommentar im Chat lese, dann ist der ganze Urlaub schon wieder gelaufen. Puh, Moin Moin hieß es gerade im Chat. Puh, jetzt Moin Moin. Genau so ist es doch. Machen wir uns doch nichts vor. Und was haben wir heute vor? Erstmal kurzer Programmhinweis. Ihr habt gerade den Teaser noch gesehen, wenn ihr live zuschaut. Am 6.8. morgen startet unser hammergeiles Schachtturnier. Ne, jetzt muss ich wieder peinlich den Sendeplan googeln. Finde ich den wieder nicht, wirkt es wieder unprofessionell. Lass ich, denn ich weiß alle Teilnehmer aus dem Kopf. Etienne ist dabei, Antje ist dabei, Varian ist dabei, Tobi Escher ist dabei. Das ist eine Hälfte des Teilnehmerfelds, was ich hier mal eben so runterrassel. Maxim ist dabei, Sofia ist dabei. Ist eine Partie, hab ich schon ein bisschen gesehen auf Instagram. Sofia übt auf jeden Fall. Richtig geiles Schachtturnier, was wir hier durchziehen. Zwei Teilnehmer fehlen mir noch, aber da komm ich noch drauf. Ähm, Florentin, natürlich gegen Matteo ist die letzte Partie. So, jetzt hab ich's. Krass, oder? Was für ein Teilnehmerfeld. Hammer. Was tippt ihr? Wer holt sich die Krone, sagt man das? Beim Spiel der Königinnen. Katjana war gestern schon legendär. Heute kann es verhältnismäßig nur Durchschnitt werden. Fuck! Aber genau das hab ich geplant. Ein schönes durchschnittliches Moin Moin. Ich sag's, wie's ist. Das wird heute nix. Ich hab heute keine Aktion, keine Gäste, die spontan reinkommen. Irgendjemand, der mir die Hand schüttelt aus früheren Tagen. Es ist auch angelegt als durchschnittliches Moin Moin. Ich hab ne neue Leidenschaft. Ich hab nen neuen Job. Ähm, ich hab lange überlegt, was könnte meine Nische sein? Hier schon bei nem Nischensender. Ja, okay, Gaming, äh, Comics, all diese Scheiße wird hier schon besetzt von allen Sachen. Äh, von allen Leuten. Ähm, sämtliche, ähm, psychische Krankheiten sind schon besetzt. Ich hab gar keine Chance hier irgendwie mir ne Nische aufzubauen. Außer, dass... Fleisch fressende Pflanzen. Es ist ein Hobby, was mich schon länger begleitet. Ähm, ich hab inzwischen... Warte mal, ich hab, glaub ich, zwei Venusfliegenfallen schon besessen. Ich sage besessen, ähm, denn sie weilen nicht mehr unter uns. Das heißt, sie weilen doch eigentlich unter uns, aber ein bisschen tiefer als geplant. Durchschnittsmoderator Andreas Längschab für euch am Start. Äh, Hashtag Moin Moin übrigens, falls ihr interagieren wollt mit mir. Ähm, ihr habt das hier parallel offen. Lese da aber erstmal den wichtigsten Tweet des Morgens, nämlich, äh, Ding-Dang-Ding-Deng. Dong-Dong-Dong-Dong-Dong-Dong-Dong-Dong. Tröt, oh, Tröt? Der Michel macht jetzt Tröt inzwischen? Bitte was? Seit Jahren lese ich mir diese Ding-Dang-Ding-Ding-Dong-Dong-Dong-Dong-Dong-Dong-Dong. Ähm, Tweets durch, die klingen wie irgendwie, äh, Deutschrap Anfang 2010. Jetzt macht der plötzlich auch noch Tröt? Wie kann man seine Prinzipien so verraten? Der Turmbläser, ach guck mal, sogar mit Video jetzt? Ja gut, komm, dem geben wir uns doch kurz. Quellenangabe der Turmbläser von Michel, was ist denn das hier für den Kanal? Jesus, oh, das sieht aber professionell aus, die haben Geld. Ne, Moment, 5 Abos. Das kriegen wir rausgeclaimt. Gut, reicht. Wer mehr sehen will, der guckt sich das ganze Video an. Das ist nur ein kleines Sneakpeak. Krass, jetzt sogar mit Videocontent. Oh Mann, wenn Leute einfach, es ist, man ist ja wirklich auch 5 Jahre auf Twitter, man sieht Leute links und rechts auf der Fastlane an sich vorbei galoppieren mit irgendwelchen Twitter-Accounts. Das ist doch nicht der Original-Michel, der hat doch mehr als 400 Follower oder was? Ist das wirklich der Original, der legendäre Michel-Account? Krass, warum geht sowas nicht mal steil? Gut, folgt diesem jungen Turm, wenn ihr Zeit habt auf allen Kanälen. Gut, und wenn ihr noch mehr Türme sehen wollt, dann wie gesagt, ab morgen beim Schachturnier. Ach, da trötet jemand, haben die keine Glocke mehr? Tja, weiß ich auch nicht. Fleischfressende Pflanzen. Eine Drama-Geschichte von Andreas Links in mehreren Akten. Ich hatte irgendwann zu Studienzeiten mal Bock auf Fleischfressende Pflanzen. Warum? Weil jeder Junge das irgendwann mal cool findet, wenn er sich nicht mit Frauen beschäftigt, dann will er wenigstens irgendwas haben, was ein Stückchen Fleisch in den Mund nimmt und dann kommt man schnell bei Fleischfressenden Pflanzen raus. So, natürlich fängst du an mit einer Venusfliegenfalle. Habt ihr alle schon mal gesehen wahrscheinlich. So. Ja. Süß. Oh Gott, das ist das für Fotos auch. Die haben ja schöne Fotos. So sieht der scheiß kleine Fucker leider nicht aus bei mir. Und jeder, der Fleischfressende Pflanzen kennt und sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, das ist im wahrsten Sinne ein Rabbit Hole. Das ist super viel, was man da beachten muss, was man wissen muss bezüglich Pflege, bezüglich Umgang. Die brauchen natürlich super viel Licht. Das kann man manchmal natürlich gar nicht herstellen. Dann muss man so extra Lampen kaufen, theoretisch. Dann gibt's extra Karnivoren, Erde, also extra für Fleischfressende Pflanzen, spezielle Erde. Du kannst sie nicht mit normalem Trinkwasser gießen. Denn, wie wir alle wissen, Pflanzen in der Natur gar kein Problem mit widrigsten Bedingungen. Du holst sie in die Wohnung. Ih, Trinkwasser, ich bin allergisch. Ich hab grad ein Meme nacherzählt als Gag. So, da kommen die natürlich nicht mit klar. Die brauchen das sowieso nicht, weil ich glaube, da ist zu viel irgendwas drin. Keine Ahnung. Zu viel Kalk oder zu wenig Kalk? Ich glaub, zu viel Kalk. Kommen die nicht mit klar. Da werden die irgendwann kalt gestellt. Dementsprechend extra Wasser. So, dann hatte ich diese erste Venusfliegenfalle. Die ist mir natürlich irgendwann eingegangen. Ich muss sie auch super viel gießen, weil das eigentlich so Sumpfpflanzen sind, die, ähm, die, ja, die ganze Zeit unten feucht sind. Und so mag ich's natürlich. Ähm, so hab ich's aber nicht in der Wohnung, leider. Da ich, äh, nicht mehr im Keller wohne. Ähm, sie ist mir also eingegangen. Okay, weg gewesen. Fuck. Dann irgendwann wieder, äh, angelesen, wieder Bock bekommen. Mir irgendwann ein Doppelpack entweder selber geholt oder bekommen. Und zwar zum einen wieder eine Venusfliegenfalle. Ähm, im Baumarkt klassisch natürlich geholt. Und so, mal kurz gucken. Ah ja, das, guck mal da, das muss ich mir mal kurz äh, notieren. Da hab ich gleich noch was zu sagen. Ich hatte eben irgendwie, als ich fleischfressende Pflanzen gegoogelt hab, da kam so ein ganz, äh, süßes Foto. Also das, ich hoffe, ah, warte mal. Finde ich das jetzt nochmal? Oh ja, guckt euch das doch mal an. Was für ein süßes, also, wenn das, wenn mein Tod so aussieht, wie süß ist das denn bitteschön? Oder? Ist es nicht schnucklig? Ein kleiner Frosch, der da hervorlugt, ähm, aus der tödlichen Säure dieser, äh, Kelchpflanze oder Kannenpflanze. Und die hatte ich auch und die sind toll. Ähm, wie heißen die irgendwie? Nepentis oder so? Ähm, Nepentis, Nepentis. Ähm, die sind Hammer. Das sind so kleine, wirklich Kelche und Kannen, die die ausbildet. Ähm, die Pflanze hier auf meinen schönergarten.de, eine Seite, die ich jahrelang mitbetrieben habe. Ähm, und das ist geil, weil diese, diese, äh, Kannen füllen sich dann so mit, mit so einer, nein, danke, ähm, mit so einer, äh, Flüssigkeit, so einer zersetzenden Säure. Ähm, sieht ein bisschen aus wie Hodensäcke. Ähm, und, ja, da fliegen dann die, fliegen rein und sterben, in der Theorie zumindest. Und die war irgendwie gefühlt ein bisschen pflegeleichter oder sie hat einfach mein Klima, ähm, besser vertragen. Und ich glaube, die ist dann erst, als ich, kommt das überhaupt in die Timeline. Ich glaube, erst als ich nach, entweder war ich super lange im Urlaub oder ich war, das war das, ja, in Australien oder so und da musste ich die auf jeden Fall wegschmeißen. Ähm, aber richtig schön. Ähm, ja, was muss man bei denen, hier sieht man, guck mal, hier sieht man so ein bisschen den, den, äh, Licht, brauchen sehr sonnigen Platz. Ähm, mäßig feucht. Ach, guck mal, die sind pH-Wert, schwach-sauer. Na gut, immer sehr wütend. Topfstil, Gartenstil, Verwendung, Innenraum, Begrünung, mhm, mhm, alles langweilig. So, also die sind echt eigentlich ganz cool, Kannenpflanzen. Hier sieht man auch nochmal die Gruppe. Und das Schöne ist, du hast immer eine frische Tasse, äh, Tee oder Kaffee im Haus, kannst dir die immer eine abzweigen und einen kleinen Schluck draus nehmen. Die werden dann aber leider immer kleiner, wie so Mikro-Geschirr von so, äh, von Kleinkindern. irgendwann spielt man dann mit so einem Minitier-Service, weil die kann immer kleiner werden, weil sie nicht mehr so richtig stark ist, die Pflanze. Was, ist das Wurzelwerk? Ach du Scheiße. Defentes Mirabilis. Okay, Blattwerk, naja, so sah es nicht aus. Ach, das ist schon wieder, äh, schon wieder eine andere Form davon. Guck mal, auch so Giftgrün. Ähm, so, jetzt habe ich vor ein paar Wochen, war dann wirklich richtig tief drin in dem Thema. Wie gesagt, hat er diese, ähm, hast du der Pflanze einen Namen gegeben? Die hieß Neppy, tatsächlich. Ähm, und jetzt habe ich wieder eine Venusfliegenfalle bekommen, vor ein paar Wochen und das löste sofort Traumata aus, weil ich dachte, oh nein, eigentlich wollte ich keine mehr andererseits, ja, ist schon cool, ähm, weil sofort wieder, oh nee, jetzt muss ich wieder zur Tankstelle. Destilliertes Wasser holen, dann geht das auch nicht. Dann versuche ich es mit E10, E5, bleifrei, alles funktioniert nicht. Das ist ja auch immer so ein Hässel. Dann hatte ich damals, ähm, so eine Art, äh, Terrarium geholt, äh, weil ich die umpflanzen wollte und war dann so bei Ebay-Kleinanzeigen bei so einer Frau, die meinte, hier, da habe ich meine Spinne drin gehalten, ähm, und, äh, die ist jetzt aber nicht mehr und jetzt habe ich das abzugeben. Hätte ein bisschen stutzig werden müssen, weil, ähm, oh, Scheiße, ist ein Mikro runtergefallen. Fuck. Äh, hätte stutzig werden müssen, weil, ähm, als die Besitzerin mir die Tür aufmachte, hatte sie offensichtlich acht Augen und acht Beine. Das heißt, irgendwas ist da vorgefallen. Ich habe mir aber jedenfalls dieses Terrarium genommen, wo vorher die Spinne drin lebte, habe dann versucht, diese beiden Pflanzen richtig ordentlich, ich glaube, da war erst noch so eine Schicht Ton drunter oder so und dann Karnivorenerde und wollte die umsetzen in dieses Terrarium und das hat dann auch so mehr schlecht als recht, ähm, funktioniert, weil das natürlich, ach, irgendwie habe ich das wahrscheinlich nicht richtig gemacht, dann sind die da nicht klargekommen, sind langsam eingegangen, dann hatte ich, ich habe immer sehr viele Spinnen bei mir in der Wohnung, muss ich einmal sagen, ich habe da kein Problem mit, ähm, dachte ich, okay, die leben, glaube ich, in so einer Symbiose auch mit den Pflanzen, habe so eine Spinne aus der Wohnung genommen, die dann da reingesetzt, weil ich dachte, make love, make symbiose, ähm, hat nicht funktioniert, die Spinne war dann irgendwann so nach drei Tagen, ein bisschen, ein bisschen wie Trump, als er diesen Reporter nachäfft, ähm, hing dann so in der Ecke, war gleich wieder tot, nicht funktioniert und dann sind die beiden Pflanzen im Terrarium auch eingegangen, so war es, ich war nicht länger weg, sondern die waren dann schon umgetopft und dann dachte ich, ach, komm, fuck it, ähm, beide weggeschmissen, dieses Kapitel in meinem Leben hatte ich einfach abgeschlossen, dachte ich, jetzt habe ich seit vier Wochen wieder eine neue und diesmal dachte ich so, ganz ehrlich, so ist es in meiner Wohnung, lebt damit, hab ihr zwar ein sonniges Plätzchen gegeben, hab jetzt auch nach etwas Zögern dann doch, äh, nicht das Leitungswasser genommen, sondern jetzt so stilles Wasser, was ich nehme, ähm, und sie lebt noch, jetzt war ich eine Woche lang im Urlaub, dachte ich, ja komm, das wird ihr den Rest geben, lebt immer noch, vermute ich, äh, und dann wollte ich gestern eine Insta-Story machen, um zu sagen, Leute, seit ich, oder war es vorgestern, völlig egal, fürs Narrativ, ähm, seit ich diese Pflanze hab, gibt's keine Obstfliegen mehr bei mir, nicht, weil sie sie alle frisst, sondern es gibt einfach keine, es gibt natürlich auch seit Jahren kein Obst in meiner Wohnung, aber das hat Obstfliegen wirklich noch nie, nach ihrem unstillbaren Durst, ähm, das hat sie wirklich noch nie davon abgehalten, danach zu suchen, ob ich nicht vielleicht doch irgendwo Obst hätte, äh, oder Früchte, und dann geh ich wirklich mit dem Handy in die Küche und dachte, okay, jetzt mach ich nochmal eine Story, weil ich auch gerade versuche, mich als Influencer für, äh, Carnivoren zu positionieren, äh, ihr habt es hier zuerst gehört, ich werde wahrscheinlich der größte, ähm, Meeresbiologe, würde ich sagen, der größte Pflanzen-Influencer, Influenz, Influencer, Influ, da steckt doch noch irgendwas, überlege ich mir als Tweet nochmal in Ruhe, ähm, weltweit, wollte hingehen und sehe, da sitzt genau in diesem Moment, wo ich die Story machen will, eine kleine Fliege direkt auf einer Falle. Und was dann passierte, wird ihnen den Atem rauben. Gleich bei Moin Moin. Willkommen zurück zu Moin Moin auf Rocket Beans TV und wenn euch dieser Scheiß hier gefällt, wenn ihr sagt, ja, ich möchte auch dafür sorgen, dass, äh, Andreas Linksch die größte fleischfressende Pflanzensammlung der Welt hat, dann könnt ihr das natürlich tun, indem ihr uns supportet, dann plötzlich wieder uns, äh, genau so könnt ihr das machen im Supporters-Club, könnt ihr nachschauen, wie ihr das genau machen könnt, rbtv.io schrägstrich support und ihr könnt uns natürlich unterstützen, indem ihr sagt, Leute, heute bin ich gönnerhaft, ich lasse ein Abo da, ich möchte sofort informiert werden, wenn Andreas Linksch wieder auf diesem Sender zu sehen ist und wenn er wieder nicht weiß, wie 3D funktioniert, so nämlich geht's, äh, auf Instagram at rocketbeans.tv liked die Scheiße raus und, kleiner Spoiler, die Pflanze lebt noch, ich fordere euch jetzt sofort auf, postet mal in die Kommentare oder in den, äh, auf Twitter oder in den Chat eure Namen für die fleischfressende Pflanzen, ne, macht's auf YouTube, weil dann kann ich's nochmal nachlesen, ein bisschen, äh, interagieren in den Kommentaren, ich brauch nen Namen für die fleischfressende Pflanze. Wortspiele sind natürlich willkommen, aber es könnte auch sowas wie Patrick sein. Mind blown. So, äh, Lilly schreibt auf Twitter, äh, zombielillifee, hab Hedegard zum Geburtstag bekommen und lebe seit 2 Monaten in der täglichen Angst, dass sie stirbt und genau so geht es jedem fleischfressenden Pflanzen-Fan, äh, haben wir Namen irgendwie? Gibt's irgendwie, gibt's da, also Carnivor, Carnivor, Carnival, Carnival, Carnivor-Sitzung, gibt's Carnivor-Sitzungen? Ähm, hier sehen wir offensichtlich ne Venusfall, aber was ist das? Ist das Sonnentau? Immer wieder Sonnentau. Scheinlich schon, ne? Ja, nee, ja, doch, glaube schon, ne, oder? Bin ich blöd. Ist doch nicht nur eine Pflanze, oder doch? Ähm, aber genau so ist es, du kommst jedes Mal nach Hause und hast Angst, sie ist tot und das führt dazu, dass man denkt, ich mach's lieber selber. So, also, Fliege ist auf meiner Pflanze gelandet und, äh, der gute Timo war mal wieder so plitschend und hat gesagt, zeig das doch. Na gut. So. Wir gucken mal. Oh, geil. Oh, schön scharf. Ich hab so fucking Angst, was da gleich als nächstes Video kommt. Ich war eben schon schockiert, dass man unten klein die Videos sieht. Wie kann ich denn das mal kurz? So, also, Fliege ist auf meinem, ähm, da sind wir jetzt wieder, ist auf meinem, äh, auf meiner Falle gelandet. Wie sind das? Und, Leute, das war ein Drama in 30 Akten. Ich geb euch mal ein paar Highlights hier. Wie sind das? Ich steig jetzt schon in der Küche, aber meinst du hier ist mal wie eine Fliege oder so? Oh, nix. Wahrscheinlich, weil ich keine Liebes hab. Tja. So, super kleine, super kleine Pflanze. Jetzt sagen die Leute natürlich zurecht, ähm, man sieht's, die Pflanze macht erstmal boah nix. Die, äh, ist eigentlich nur da, um Fliegen zu töten und macht nix. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Ganz ehrlich, die Fliege hat einfach einen ganz entspannten Abend. Nix Besonderes. Sie hängt schon ein bisschen fest, ne? Es scheint ein bisschen, jetzt lauft sie wieder. Oh Gott, da passiert gar nix. Alter. Warte mal, ich sag jetzt dieselben Sachen wie gestern Abend, vorgestern Abend. Do it. Triss. Oh, guck mal, also, wie, jetzt läuf ich einfach außen rum. Guck dir die Scheiße doch mal an. Da passiert nix. Da passiert nix. So, dann hab ich den alten Trick gemacht, den man nicht, eigentlich nicht macht. Man kann ja die Fallen dazu, animieren zuzuschnappen. Ähm, ne? Indem man halt, äh, genug Druckpunkte, also diese kleinen Härchen, die ihr da seht, aktiviert. Leute schreiben schon, ja, die ist zu klein und die ist zu jung und gehen die nicht erst zu, wenn drei Zähne berührt werden. Alles natürlich richtig und um diesen, um das zu widerlegen, aber wo war das denn jetzt? Um Gottes Willen. Wo war ich denn da? Auf jeden Fall hab ich's mit einer Gabel auch probiert. Gucken, ob ich das so schnell finde. Spannend, wenn man's selber nur auf dem Handy guckt. So, kurz raussuchen. Ging das? Alter, es sind einfach mal 30 Videos. Sorry, es war ein richtig busy Abend auf Instagram. zu oder nicht. Okay, Leute, ich wollte gerade ne Story machen. Ich wollte gerade ne Story machen. So, hab ich's da schon probiert im ersten? Ah, ja, ja, okay. Hab ich's gesehen? Da versuch ich's ein bisschen mit der Gabel, weil eigentlich triggert das dann die Falle, dass sie nicht zugeht. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding. die Fallen können, glaub ich, auch nur, äh, Quality Entertainment, hab ich leider nicht gelesen, ähm, können auch, glaub ich, nur so sieben, acht Mal sich schließen und dann fallen sie ab. Ähm, ne, dann gehen die gar nicht mehr. Also, es könnte auch sein, dass sie schon tot war. Dann hat mir gestern noch jemand auf Instagram geschrieben, ja, das sieht so aus wie so eine Pflanze, die, die frisst. Und dann dachte ich, okay, muss ich sie jetzt in Sicherheit bringen. So, dann ging dieser Abend weiter. Ähm, und ich saß eigentlich genüsslich noch beim Abendbrot. Abendbrot. Das krieg ich davon, dass ich sie habe leben lassen. Sie setzt sich kackfrech auf meine Gurke. Scheißviecher. Ich habe hier noch das Fenster geöffnet, weil ich dachte, okay, die Runde geht safe an dich. So, egal. Das also zu meiner Venusfliegenfalle. Ich brauche unbedingt Namen. Ähm, schreibt es gerne in die Kommentare oder habt ihr auf Twitter schon was geschrieben? Zeigt mal eure Pflanzen. Ich kenne euch. Ich war auf mehreren Games. Kommst, ich weiß, wer ihr fucking seid. Weiß, wer ihr seid. Ich weiß, dass ihr safe fleischfressende Pflanzen zu Hause habt. Ähm, also zeigt die, haut die, äh, in, 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 in den Chat. Haut eure Pflanzen in den Chat. Ähm, wo komme ich denn nochmal auf Twitter? So, hier, Hashtag Moin Moin. Hab ich den Dings jetzt geschlossen, oder was? Scheiße hier. So, Hashtag Moin Moin. Kannivoren bitte nur mit Regenwasser gießen. Kalkiges Wasser vertragen sie absolut nicht. So als Tipp, damit wir sind ja schnell. Ja, Regenwasser gießen. Das war das nächste Ding. Ähm, ich wollte die mit Regenwasser gießen, dann hab ich gecheckt. Ich hab gar kein Fensterbrett außen. Das heißt, bei mir steht der Topf jetzt innen, hinter verschlossenem Fenster, wenn es regnet. Da kann natürlich nichts reinkommen, wie ihr, äh, euch denken könnt. Ne, aber ich kann, ich müsste erst mal was holen, was ich raushängen kann, oder ich stell jetzt natürlich einfach irgendwo einen Topf hin. Ja, bevor jetzt die Leute wieder sagen, typisch steht da, die wissen nicht, dass man, äh, weiß ich nicht, auch sein Autodach offen lassen kann, und dann hat man ein ganzer Auto voller Regenwasser. Ja, ja, ich weiß, ich könnte das natürlich machen, aber da hab ich erst mal gecheckt, dass ich keine Fensterbretter nach außen hab, wo ich potenziell was draufstellen könnte, ähm, um Regenwasser zu sammle. Aber ja, das ist eigentlich das Richtige, äh, die richtige Herangehensweise. Das müsste ich machen. Irgendwo was, äh, deponieren, wo ich dann immer, ähm, hingehen kann, um das zu machen. Aber lohnt sich das überhaupt noch? Weil du hast ja auch ein emotionales Investment in so eine Scheißpflanze. Wenn ich jetzt noch einen Namen gebe, wird's noch schwerer, sie zu kehren. Aber ich muss es machen. Wenn ich jetzt noch merke, okay, irgendwie, da fallen noch drei, vier Fallen ab, was ganz normal ist, aber ich merke, sie geht ein, dann erschieß ich sie. Das gehört dann auch zu einem guten Besitzer dazu. Dann bring ich's bitte zu Ende. Ihr habt, äh, Meldung gesehen, äh, immer mehr Deutsche machen, ähm, äh, kleinen Waffenschein beantragen das. Ich auch. Zweifelsfall muss ich, muss ich meine Pflanze richten können. Aber ich versuch's natürlich, sie am Leben zu halten. So, dann gibt's ja immer diese symbiotischen Sachen. Ich glaube, äh, wir haben's hier, wie gesagt, ich meine, naja, ich meine, das ist ja auch irgendwie Sonnentau oder so ein Scheiß. Wahrscheinlich nicht. Ah, da war ich mir hier schon wieder angreifbar. Aber es gibt so Pflanzen, die sich dann auch, gut verstehen. Ähm, hip, 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 hurra. Und die leben dann auch zusammen. Und dann hab ich gestern nochmal so fleischfressende Pflanzen im Allgemeinen gegoogelt, weil ich immer dachte, diese Kannpflanze ist schon ganz cool. Sonnentau find ich nicht so geil. Und dann seh ich plötzlich das und boy, I have a crush now. The fuck is that holy shit. Was zum Teufel ist bitteschön eine Kobra li 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 Was ist das bitte für ein geiler Scheiß. Leute, blicke ich hier in die Augen meines zukünftigen Tods, endet es so, sehr düster heute ist, mein Moin, ne? Nehme ich, rückwirkend, nehme ich jetzt schon mal zurück. Holy shit. Was ist das bitte? Muss man das nicht bei, ist es ein optionaler Boss in Control? Nein, es ist offensichtlich Blüte der Kobra-Liedi. Alter, wie groß ist das denn? Hier ist eine ganze Kolonie von Kobra-Liedien. Wie geil sehen die bitte aus? Ja, Pferdung. Kann man, kriegt man die, kann man die kaufen? Wie groß ist die? Okay, ich muss vielleicht erst mal ein bisschen was lesen. Das ist jetzt der Teil, wo man durchaus auch mal eine Minute im VOD vorspulen kann, aber Live-Zuschauer müssen jetzt kurz dranbleiben. Was essen die Pferde, fragt Zahn. Ich trau den Dingern nicht, ja. Die Pflanzen haben keine Hauptwurzel, sondern bin aus dem Rhizom heraus zahlreiche feine Haarwurzeln. Wäre auch mein Tipp gewesen. Zone 1, die Schlangenzunge. Zone 2, die Öffnung. Die Haube. Das klingt wirklich wie so ein Level. Oberer Schlauchbereich, mittlerer Schlauchbereich, unterer Schlauchbereich. Sehen wir denn, Embryo ist recht groß. Die haben ein fucking Embryo? Der Embryo, die nennen ihren Samen Embryo? Wie geht die, äh, Verbreitung. Habitate. Äh, felsiger Untergrund. Aha. Habe ich, ach guck mal, Sarrazinia. An die Ohren, Schlauchpflanze. Ähm, übrigens, wenn man, äh, eben, ne, hab ich vergessen, ich hab einfach so Kannenpflanzen gezeigt, ähm, ohne es eine Spoilerwarnung zu geben. Äh, wenn ihr jetzt natürlich euer, äh, Level 56 Odrigaria mit euch rumschleppt, ähm, und, und, äh, gerade, nach einem Blattstein sucht, so sieht natürlich auch Sarcinia aus, ne? Im Endeffekt, das kennen wir alle, ähm, dass, als, als, ähm, als Pokémon noch solche Vorbilder hatten, und man nicht gesagt hat, guck mal, da ist eine Türklinke, mach da mal ein Pokémon draus. Spoiler-Alarm, hab ich vergessen zu sagen. Das ist im Endeffekt die Vorlage gewesen, eine Kannenpflanze für Sarcinia. So. Das ist natürlich auch geil. Das war nämlich meine Idee, bevor ich diese einzelne Venusfalle, äh, Venusfliegenfalle bekommen habe. Wenn ich mir noch mal sowas hole, dann hole ich schon so eine fertige Kultur, die auch entsprechend in so einem Glas gehalten wird. Hier steht Flaschengarten generell, aber es gibt ja richtig diese Art Kulturen, diese Art Sammlungen von fleischfressenden Pflanzen, wo wirklich schon so drei, vier Pflanzen arrangiert werden, die gut miteinander klarkommen, ähm, wo dann auch eine hohe Luftfeuchtigkeit gegeben ist durch den Schutz. Das war eigentlich mein Plan. Jetzt habe ich aber nun mal wieder eine Venusfliegenfalle. Aber wo kriege ich eine fucking Cobra-Lie? Kann man die einfach kaufen? Ich mach mal. Wahrscheinlich nicht. Mischung. Mhm. Ne, ne, sieht nicht so gut aus. Darlingtoniaka. California Cobra-Lie-Lie kaufen. Fangblatt.de Süß. 25 Euro. Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung. Wahrscheinlich hätte den Verkäufer gefressen. Oh, guck doch mal, wie geil ist der. Das ist die Natur, die einfach noch Bock hatte damals. Wo man nachzude dachte, was können wir noch für badass Sachen machen. So. Die man dann eigentlich irgendwo in irgendeinem Regenwald versteckt hätte, bis sie irgendein ahnungsloser Forscher mal findet. Das. Welche Seven-Day-Theory? Wann war das? Wann hat er Gott die geschaffen, die Viecher? Das muss ein richtig geiler Tag auch gewesen sein. Hammer. Scheiße. Gut, sowas will ich natürlich jetzt, ne? Alter, wie badass. Und ich bin eigentlich, hab ich Angst verschlangen. Soll ich ganz ehrlich. Interessant ist eine Rarität unter den Karnivoren. Kultivierung ist etwas anspruchsvoller. Ja, ciao. Die stirbt. Einen schönen Tod. Sonnigen Standort im Freien. Fuck. Für das Moorbeet. Mhm. 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 Naja, ich muss den extra Beet anlegen. Das ist eher was, wenn ich wahrscheinlich ne Terrasse hab. Alter, was ist das? Okay, das wiederum war einfach fucking, jetzt machen wir nur noch Hoden. Mit Haaren. Was ist das denn? So sehe ich nach einer Woche Urlaub sehe ich so aus. Gottes Willen. Hm, aber war das jetzt so eine Ausnahmegenehmigung, die Fangblatt, nee, wie Fangblatt Fangzahn.de hat? Oder kann man die noch woanders kaufen? Das war ja nix, ne? Hab ich wieder geschlossen, ohne das Tab jemals anzugucken. Was ist das denn? Ärger mit Fliegen. Nee, hab ich nicht. Jetzt muss ich auch nur anfangen, Obst zu essen. Was ist das hier? Monstera Caballee. Saracena Psittakinia Subpflanzen. Ja. Diona Muscipola. Mhm. Das hat sie doch auch hier gehabt, ne? Das war doch das. Dann ist das kein, was ist das denn? Venosa. Scheiße, ey. Ich hätte es lassen sollen und einfach einmal mehr auf die Venus gehen sollen. Das hätte mir reichen sollen, statt dazu noch eine Fliegenfalle zu haben. Blau? Starter Set. Fleischfressende Pflanzen. Fünf Pflanzen, Leute. Mhm. Ja, die ist schon ganz geil. Was ist denn das hier? Mit den, mit den Blumen. Schlauchpflanze. Saracenia. Guck mal, Saracenia, da haben wir es, ne? Kannpflanze. Ist allerdings die Nepenthes. Fettkraut. Das klingt nach einem liebevollen Spitznamen. Gemeines Fettkraut. Geil. Das ist eine schöne Beleidigung. gemeines Fettkraut. Und ich weiß nicht, aber wenn meine Fresse kommt bei gemeines Fettkraut, habe ich vielleicht nicht alles richtig gemacht, SEO-mäßig. Eine Handvoll ist schon ziemlich zu treiben. Fettkraut rauchen. Hm. Sonntau, das kennen wir. Tigerlilien. Drei Zwiebeln. Oh, es gibt schon geile Pflanzen und diese zusätzliche Gefahr. Und das ist doch auch cool, wenn man irgendwie nach zehn Jahren Ehe stirbt durch die Hand seiner Tigerlilie. Das ist doch mal was. Ist es für Menschen überhaupt so gefährlich? Wenn man jetzt nicht gerade innerhalb der Kanze, äh, der, der, der Kanne spielt. Veronika Cupido. Ursprung in Asien, wo sie für malerische Staudengärten verwendet wird. Mhm. Fettkraut. Hol ich mir jetzt noch eine Kobra-Lilie und ein Haus dazu? Also, das ist ja wohl wirklich absolute fucking badass Pflanze. Was frisst die denn? Vorbeilaufende Pferde und Hüter? Gar nicht so groß, ne? Das täuscht ein bisschen. Das ist aus dem richtigen Winkel gefilmt. Boah, das ist schon fucking badass. Okay, ist das mein Endziel? Ich hab ja auch so ein bisschen Angst, man kann natürlich ja dann schnell sich Sachen ergoogeln und ist dann schnell in irgendwelchen so Pflanzen-Freak-Foren unterwegs, wo man auch so Angst hat, dass man mit zwei, drei falschen Klicks auf uralte Beiträge von 2007 irgendwo im Darknet landet. Da gibt's schon eine Community und ich hab das Gefühl, das ist auch so eine sehr, ähm, Einsteiger-unfreundliche Community. Fleischfressende Pflanzengesellschaft. Gibt's einen Verein? Deutschland gibt's für alles einen Verein. Gibt's einen Karnivoren-Verein? Enttäuscht mich nicht, Deutschland. Gesellschaft für Fleischfressende Pflanzen im Setsi als gemeinnütziger Verein für den Erhaltenschutz natürlicher Lebensräume, so viel wie die Forschung in der Kultur von Fleischfressenden Pflanzen ein. Regenwald statt Palmenöl. Bitte. Kann ich jetzt nicht mehr mehr ein bisschen Nutella essen? Fünf Gläser am Tag. Im Forum tauschen sich Mitglieder außen erhalten Informationen über Termine und Neuigkeiten. Was gibt's denn so für Termine? Gibt's irgendwie den Tag der Nepenthes oder wie oder was? Palentypen. Pflanzen, die Tiere fressen? Okay, jetzt vor Beginners. Faszinierende Vielfalt. Habt ihr denn schon ein paar Namensideen? Nee, was sagt der Chat eigentlich? Ich guck mal in den Chat. Ich fühl mich so gut nach einer Woche Urlaub. Ich guck freiblich in den Chat. Der wohnt da, aber Palme ist so lecker. Der arme Frog. Klar, hab ich auch Favoriten aus der ersten Generation. War klar, Pokémon triggert euch immer. Aber spätere Generationen hatten für mich viel interessantere Designs. Oh, please. Bitte, tut doch nicht so. Als wäre Pokémon noch das, was es mal war. Wenn wir irgendwie gegen weiß ich nicht, gegen Tannenzapfen kämpfen und Bronzong. Was ist das? Einfach ein Stück Stahl, ein Stahleimer oder so. Hört doch auf. Gertrud. Was sagen eigentlich Outdoor-Moin-Moin? Was war da? Ich könnte mal in so einen Baumarkt gehen und mir ein paar Sachen angucken. Das ist eigentlich ein privater Vorgang, den ich mal wieder versuche auszulagern. Moin-Moin. Insofern kriege ich noch eine Pflanze geschenkt. Pokémon war immer lame. Jetzt geht's mir zu weit. Das war's für den Chat heute. Habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Gefährliche Feinsteller. Ach süß, wie dieser Frosch da drin hängt. Frösche haben offensichtlich Nummer 1 Feind. Ist das überhaupt ein Frosch? Jesus, wie er da drin hängt. Süß. Wow. Aber ihm geht's auch gut. Looks comfy. Jetzt muss ich hier natürlich wieder das Kleiner machen. Faszinierende Vielfalt. 800 Arten. Mitgliederservice. Naturschutz. Naja. Könnte das was sein, wo ich was spende? Ja, so ein Shirt könnte ich mir natürlich schon nochmal zulegen. Ja, gut, ne? Das wär's, um allen zu zeigen, dass ich vielleicht frissende Pflanzen zu Hause hab. Aber man sieht's mir auch an, wenn man ehrlich ist. Philosophie. Was ist in eurer Philosophie? Wie alles begann. Langweilig. Was uns begeistert. Wofür wir stehen. Unser Ziel ist es, den Menschen, diese Pflanzengruppe näher zu bringen und ihnen zu verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Lebensräume von Karnivoren zu schützen. Nur in unberührten und ursprünglichen Gebieten wie Mooren, Magerwiesen und Nährstoffarmen sehen können diese Pflanzen dauerhaft überleben. Die in Deutschland heimischen Sonnentau, Fettkraut und Wasserschlaucharten sind von der zunehmenden Landschaftszerstörung stark betroffen. Was wir tun? Aufklärung natürlich. Mhm. Gemeinschaftliches Einsetzen. Dr. Thomas Kronemeier. Ist das vielleicht, ähm, ist das diese Gruppe, dieser Verein, den ich immer gesucht habe? Hm. Not really. In etwa das, was ich erwartet habe. Gut. Keine Werbung übrigens. Diesen Verein, den ich gerade entdeckt habe. Aber natürlich gibt es ihn. Vier Mitglieder schon. Naja, wobei, das ist nur der Vorstand. Wahrscheinlich acht Mitglieder. Ach, scheiße. So ein Taum, muss ich das machen? Ach, guck mal, die haben sogar einen Wikipedia-Eintrag. Ja gut, jetzt scheinen sie legit zu sein. Was ich bei sowas ja immer machen, wenn ich irgendwie auch, ähm, ähm, wenn ich irgendwie, äh, über unsere, äh, Abteilungen Info bekomme, dass mögliche Partner mit uns zusammen arbeiten wollen, was ich als, da ich meine Aufgabe als Creative Director natürlich ernst nehme, sofort mache, um zu checken, könnte diese Firma, könnte dieser Partner relevant für uns sein, zuerst den Namen des Vereins oder der Firma googeln und dann immer einmal dahinter Nazi und einmal, äh, guck mal, kommt schon mal nix, Nazi im Dorfverein von Lillinein und einmal Skandal. Damit check ich, ob die Firma Bulletproof ist und ob Rocket Beans mit denen zusammenarbeiten sollte. Ah. Das ist die sogenannte Falsifizierung von solchen Firmen. Die Evolution der Karnivorenpflanzen. Fuck, ist das vielleicht wirklich mein neues Steckenpferd? Vor zwei Jahren hab ich gesagt, wir fangen an, Comics zusammen. Jetzt hab ich vier Comics. Vier Comics hab ich zu Hause. Drei davon hier aus der Firma mitgehen lassen. Eins von Alvin. Ich weiß es nicht. Was mach ich mit meinem Leben? Das war wirklich ein durchschnittliches Moin Moin, kann man nix sagen. Ein paar Höhepunkte, ein paar auch so, hm, paar Skippe-Birds, aber das kann man gut auf so unterhaltsam mit 25 Minuten zusammenschneiden. Wenn wir die Zeit hätten, Leute, haben wir natürlich nicht, weil wir viel zu viel geiles Programm haben. Morgen geht's los mit dem Schachtding. Heute Abend sind wir noch mal bei Anrufbeantworter am Start. Wir sehen übrigens vorher noch Let's Play und zocken mit Denzel. Dwarf Fortress geht weiter. Mit Dennis und Dima zocken mit Denzel danach. Krass. Vier Stunden Richterski heute am Start. Und haben wir das auch parat? Nee, ne? Mensch, wisst ihr, als das noch so ein Ding war, Sendeplan zu gucken, heute Abend die Anrufbeantworter mit Etienne, Lars und mir. Als Ersatz für das eigentlich geplante Next Level. Was erwartet euch bei Next Level? Ich sag's euch. Zwei Rapper, nämlich Lars und ich, gegen zwei andere Rapper, richtige Rapper, und zwei Leute, die Team Splash repräsentieren. Das ist zum einen Lisa Ludwig, zum anderen Skinny von Rap.de und diese drei Teams, Rap, BTV, Splash, werden sich im ultimativen Videospiel-Battle nicht duellieren, truellieren, weil's drei sind. Diese drei Teams treten gegeneinander an. Etienne wird das Ganze moderieren und es findet statt. Die erste Folge ist am 19.8. mit einem absoluten Star-Gast als Rapper, den jeder kennt, weil er einer der bekanntesten Rapper Deutschlands ist. Wer? Müsst ihr selber rausfinden. Entweder durch eine große Ankündigung oder am Rande, weil's irgendjemand droppt. Ähm, Outdoor Moin Moin mit Andreas im botanischen Garten. Ah. DJ Bobo ist es nicht, aber vielleicht für Folge 2. Ha, gut. Also, Skinny von Rap.de, Lisa Ludwig gegen mich und Lars und zwei Rapper. Ähm, und dann spielen wir ein bisschen Videospiele. Also, wir haben natürlich nicht unsere Super-Gaming-Experten hier in der Firma genommen, weil dann hätten die anderen Teams ja gar keine Chance. Deswegen lassen wir zumindest ein kleines Schlupfloch offen, das vielleicht doch mal jemand anders gewinnen kann. Ähm, ich jetzt so zurückdenke, Cobra Lilie wär auch ein geiler Rapper-Name für mich gewesen. Cobra Lilie, wie es geht. Fuck. Scheiße. Das wär's mal gewesen. Gut, stöber ich noch ein bisschen rum. Was haben wir noch für Programm-Highlights? Hab ich noch irgendwas vergessen? Schach startet morgen 12 Uhr. Ähm, and that's it, würd ich sagen. Das sind so die Sachen, die euch demnächst Jahr link-Ski, ja. Äh, Eminem ist es auch nicht. Papa, Rappapa, The Rapper. Hm. Hm. Hab ich noch nicht gelesen. Gut, das seht ihr, wie gesagt, am 19.8. um 20 Uhr. Ich hab da mega Bock drauf. Ähm, das wird ne geile Nummer. Zusammen mit den Freunden von Splash Festival. Ähm, shit, und ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich mache. Bleib ich bei Fleischpressen in Pflanzen oder nicht? Haut auf jeden Fall euren Namen für die Pflanze nochmal in die Kommentare. Ich lese mir das durch und, äh, verlängere auf Instagram und löse es da auf. Ich hoffe, sie lebt noch. Macht euch einen schönen Tag, ähm, lasst einen Kommentar da, ein Like da, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Das war Moin Moin. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.